Groß Alarm am vergangenen Mittwochabend in Elsterwerda. Die Feuerwehren aus Grauper, Bieler und Elsterwerda rückten aus zu einem vermeintlichen Gebäude-Großbrand zwischen Elsterwerda Krauschitz und Merzdorf. So wurde es von der Leitstelle gemeldet. Glücklicherweise bestätigte sich diese Meldung aber nicht. Tatsächlich gebrannt hat es in einem überirdischen Bunker, aus dem erhebliche Rauchschwaden kamen. Da der Bunker nur durch einen Schacht von oben aus erreichbar war, waren die Löscharbeiten schwierig. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Brandbekämpfung konnten die Einsatzkräfte nur mit schweren Atemschutz vorgehen. Im Inneren des Gebäudes fanden sich Abfälle und Unrat, Autoreifen, alte Fernsehgeräte und Baustoffe. Das Feuer konnte mit Hilfe von Schaumstoff erstickt werden. Zur Brandursache konnten vorerst noch keine Angaben gemacht werden. Eine Selbstentzündung war nach Einschätzung der Kameraden aber unwahrscheinlich. Sechs Atemschutzgeräteträger wurden zur Bekämpfung des Feuers benötigt. 42 Einsatzkräfte waren insgesamt für mehrere Stunden im Einsatz. Zu Schaden kam niemand. Gegen Mitternacht war der Brand unter Kontrolle.